Zwiebel – ein jahrtausendealtes Heilmittel Die Zwiebel und eine alte Volksweisheit sagt, dass sie alles heilt und dass sich zwischen den einzelnen Schichten Heilmittel für fast alle Schmerzen und Beschwerden verstecken. In der Vergangenheit wurden ihr sogar magische Kräfte zugeschrieben, viele glaubten, dass sie böse Geister vertreibt und dass Zwiebel unter dem Kissen prophetische Träume ermöglichen. Die gesunden Eigenschaften der Zwiebel sind schon seit Alters her bekannt doch wissenschaftlich wurden diese insbesondere im Jahre 1919 bestätigt, als ein amerikanischer Arzt, nach vielen Toten aufgrund einer Grippe-Midemi, etwas ganz Besonderes herausfand, eine Bauernfamilie war völlig gesund geblieben, kein einziges Mitglied dieser Großfamilie war an Grippe erkrankt. Warum? Die Frau des Hauses hielt sich einfach an die gleichen Traditionen wie ihre europäischen Vorfahren in der Pest- und Choleraepidemie, sie legte Zwiebel an die Fenster und verteilte diese auch im ganzen Haus. Als der Arzt die Zwiebel im Mikroskop untersuchte, fand er heraus, dass der Grippe-Virus an den Schichten der Knolle haftete. Das war wirklich erstaunlich. Heute wird die Zwiebel für zahlreiche medizinische Therapien verwendet und, wie wir alle wissen, wird sie auch in der Küche als eine der vielseitigsten und schmackhaftesten Knollen geschätzt. Vorzüge der Zwiebel. Verbesserung des Blutkreislaufs und Regulierung des Bluthochdrucks. Der in der Zwiebel enthaltene Wirkstoffhallen leistet gute Vorsorge gegen Thrombosen, er verhindert, dass das Blut gerinnt und hilft bei der Regulierung von Blutfluss und Cholesterinspiegel sowie bei Bluthochdruck. So können Herzbeschwerden und Angina pectoris verhindert werden. Wie können wir die Zwiebel am besten benutzen, um von allen Vorteilen zu profitieren? Es reicht, wenn Sie 300 g klein gehackte Zwiebel in einem Liter Wasser 15 Stunden lang ziehen lassen. Von dieser Flüssigkeit können wir drei Tassen täglich trinken. Entwässernde Wirkung. Die Zwiebel hilft uns, überschüssige Flüssigkeit auszuscheiden und ist deshalb sehr empfehlenswert bei Rheuma, Gicht, Ödemen etc. In diesem Fall lässt man 50 g klein gehackte Zwiebel in einem Glas Wein und drei Gläsern Wasser ziehen und trinkt davon drei Gläser pro Tag. Zahlreiche Appetitanregende Vitamine. Die Zwiebel wird häufig zusammen mit Knoblauch oder Kili verwendet, die in vielen Ländern als Gewürz für verschiedenste Speisen genommen werden. Zwiebel beinhalten Vitamin C, das uns bei der Aufnahme von Eisen und der Bildung von Antikörpern hilft. Außerdem enthalten sie Vitamin E und B sowie Magnesium, Phosphor, Kalzium und Ballaststoffe. Bakterizide Wirkung. Einer der Inhaltsstoffe der Zwiebel ist Schwefel. Wie Sie sicher wissen, bringt dieser uns beim Schneiden oft zum Weinen, der Geruch von Schwefel ist sofort erkennbar. Obwohl er nicht angenehm ist, hilft gerade der Schwefel bei Infektionen wie Grippe, Pharyngitis, Bronchitis und außerdem wirkt Schwefel auch ausgezeichnet bei Darmbakterien oder bei Durchfall. Was können wir machen? Wir können einen einfachen Sirup aus Zwiebeln herstellen, dazu werden zwei Zwiebel in einem halben Liter Wasser gekocht. Die Zwiebel werden abgesiebt und die Flüssigkeit wird mit fünf Löffeln Honig gesüßt. Von diesem Sirup können wir täglich drei Tassen trinken. Sehr wirksam sind auch Gesichtsdampfbäder mit Zwiebeln. Zwiebel zur besseren Verdauung. Die Zwiebel ist auch gut für die Verdauung, denn sie stimuliert Leber und Galle. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diese Knolle in Ihren Speisen nicht zu vergessen. Die Ernährung sollte immer gesund und ausgeglichen sein. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass Zwiebel bei Sodbrennen nicht empfehlenswert sind. In neueren Studien wurde gezeigt, dass Zwiebel bei der Vorsorge gegen Krebszellen im Magen helfen kann, deshalb ist wenn möglich ein ausgeglichener Verzehr dieser Knolle empfehlenswert. Gegen Insektenstiche. Aufgrund der bakteriziden Wirkung sind Zwiebel hervorragend zur Desinfektion von Insektenstichen geeignet. Es reicht, wenn Sie die betroffene Stelle mit dem frischen Saft aus der Zwiebel befeuchten. Abschließend noch ein kleiner Tipp. Es gibt ein wirksames Mittel gegen den unangenehmen Mundgeruch nach dem Essen von Zwiebel. John Graham, ein Wissenschaftler aus Kalifornien, hat festgestellt, dass es genügt unmittelbar nach dem Verzehr der Zwiebel ein Glas Wasser zu trinken. Die unangenehmen Folgen verschwinden so sofort und Sie können unbeschwert Ihren Mund aufmachen oder auch jemanden küssen, ohne Angst vor schlechtem Mundgeruch haben zu müssen. .